Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, natürlich! Jetzt kommt ne Spinne um die Ecke. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Ähm. Flammender Tod! So hieß das mal beim großen Krabbeln. So. Spinnengift. Ich steige bald auf. Ich hoffe ich steige hier wirklich bald auf. Ich halte das nämlich nicht mal lange aus in diesem Level. Da oben ist ne Eispranke. Die muss ich mir holen. Oh, knapp. Natürlich! Jetzt hat sie mich auch noch vergiftet. Oh. Gott sei Dank war mein Mana noch gerade wieder so schnell gestiegen. Also es geht auf jeden Fall irgendwie schneller hoch jetzt. Jetzt kommt mir vielleicht auch wieder darauf an, wie stark die Gegner sind. Hier sind ein paar Schmetterlinge. Her damit! Da unten ist ein Hirsch. Ey, das sieht ja richtig toll aus hier. Wenn ich hier so runter gucke. Da ist ne Burg, da möchte ich gar nicht hin. Hä? Nimm mir einfach mit. Die sitzen einfach in der Luft. Nehme ich die Schmetterlinge einfach mit. So, Speicher nicht vergessen vor jedem Abendessen. Ich gucke mich jetzt hier wieder um. Da hinten läuft wieder ein Hirsch weg. Da... Ähm. Natürlich. Ich will ja gar nichts tun. Das ist einfach mal ein Troll. Lass mal einfach... Natürlich. Jetzt muss wieder ein blöder Wolf auf der Strecke sein. Testen wir das mal mit gleißener Funke. Hilfe! Oh, Fleisch. Ich sag das ja nur ungern. Aber ich bin gleich tot! Ich bin tot. Hm. Gegen Wölfe verliere ich hier. Hallo? Ich werde hier noch 3 Milliarden Mal sterben. Oh. Ich seh's schon kommen. Warum bin ich eigentlich so schlecht gegen irgendwelche Viecher? Habe ich mich falsch geskillt? Na ja gut. Ich spiel ja noch nicht so lange. Eispfeile. Mal gucken, ob Eispfeile gut sind. Aber warum muss denn hier überall ne Gefahr auf der Strecke sein? Den Troll lasse ich außen vor. Und dann sind da Wölfe. Und Wölfe sind teilweise schlimmer als ein Troll. Ey, da bin ich schnell! Los! Los! Wieso sind die so stark? Ich verstehe das nicht! Oh! Mein Gott, ey! Das kannst du doch niemandem erzählen! Pfff! Oh man! Oh man! Ja, nee! Das nehm ich jetzt auch nicht auf mich! Kann er vergessen! Ich hoffe, wir sind hier noch ein Dritter! Der dritte Wolf, weißt du? Das wär's ja jetzt noch. Eine Botschaft des Wolfs! Er werdet sterben! So ungefähr. Wie bei Stronghold! Der Wolf ist schlimmer als alles andere! Was ist denn das da unten? Oh! Ich dachte schon, aber da waren wir schon! Oh, endlich mal wieder ein vertrautes Gefilbe! Äh, Gefilbe! Was ist denn Gefilbe? Gefilde! Das wollte ich sagen! So! Dann nehmen wir uns jetzt noch ein bisschen Getreide mit! Ich hab so das Gefühl, da sind immer noch diese Wölfe! Sind sie auch! So, das nehmen wir mit! Das nehmen wir mit! So, wir sind dann mal wieder zurück in Ark! Ich weiß gar nicht, wie viel Geld hab ich denn jetzt? 350! Ich hab jetzt nicht gerade so... viel! Aber... Wir haben es irgendwie überlebt! Da können wir schon mal stolz drauf sein! Schreitet wohl! Endlich wieder zurück! Oh! Endlich ist es mal wieder ein bisschen ruhiger! Oh! Dann gehen wir mal richtig rein! Oh, ich bin irgendwie voll außer Atem! Das muss ich ja ernsthaft zugeben! Ich hätte nie gedacht, dass das so eine schwierige Geburt wird! Aber da merkt man mal, dass wir eigentlich noch gar nicht wirklich stark sind! Dass das alles noch in den Kinderschuhen ist! Und das eine echte Herausforderung ist! Ich glaube, ich spiele hier auf normal! Ich spiele hier nicht irgendwie auf... ...auf einfach oder so! Ich spiele auf normal! Und normal ist wirklich schon... ...grenzwertig! Was? Ich frage mich, wer diese Wildmagie im Sonnentempel sind! Wer wird doch hier gerade gespielt! Ach! Was ist denn das hier eigentlich? Da komme ich nicht rein! Doch! Bierkeller! Aha! Der Soldat, der kocht einfach mal! Mal nicht schlecht hier! Wir gehen jetzt erst mal nach Hause, würde ich sagen! Oder wir suchen mal den Markt auf und versuchen da mal was zu verkaufen! Tür auf! Da ist ja der Marktplatz! Dann werden wir mal versuchen! Wir haben ja ein bisschen was gefunden! Ich habe ja diese Stäbe auch alle mitgenommen! Magierstab! Dann habe ich ja noch ein paar Bücher, die ich nicht brauche! Jetzt muss ich vorher aber noch mal testen, ob ich die wirklich nicht brauche! Die bringen ja auch ein bisschen Knete! So, wollen wir das mal eben gerade gucken! Ähm! Zauber! Das kennen wir, das kennen wir! Da war was zwischen! Schlamm-Elementar-Zauber! Das habe ich auch noch nicht gehabt! Und Tote vertreiben! Und den Rest habe ich! Schreitet wohl! Selbstverständlich! Und jetzt möchte ich mal gerne etwas verkaufen! Äh! Ach so! Das verkauft sie! Ne, 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 so nicht! Und Tote vertreiben! Das, die Wohltat bringt elf! Beschwörung! Das Schwert ist auch elf! Rang zwei! Panik bringt sogar fünfzehn! Frostwindwind dreizehn! Unser Geld steigt wohl bemerkt! So, was kann ich denn hier so schönes verkaufen? Stahl durch! Weg damit! Langbogen! Weg damit! Eisenschwert behalte ich! Dieser Bogen, ne, ne, der Zehn bringt der! Der ist sogar besser als der Jagdbogen! Und auch wenn er irgendwann mal den Frostschaden nicht mehr macht, ist der Bogen besser! Den werde ich also benutzen demnächst! So, was haben wir denn hier so alles? Hier, diese Schuhe kann ich mal verkaufen! Preise werden um drei Prozent besser! Einhandgriffe verursachen vier Prozent! Was? Wären besser? Moment! Gesanglicht euch leiten! Ich bin mir sicher, ihr werdet etwas finden! Hier, guck dir das mal an! Da kriegen wir 336! Amnethisten bringen ja auch ein bisschen was! Aber wir gucken erst mal weiter! Ich glaube, das hat nur was mit den Kaufpreisen zu tun! Schleichen ist ein bisschen effizienter! Das habe ich schon gesehen! Eisenhamisch, Eisenhandschuhe! Hier, die können wir mal verkaufen! Eisenschwert, das normale, verkaufe ich auch mal! Dieser komische Stahlhelm, verkaufen! Gesellenbuche, Entropie! Die ganzen Gesellenbücher behalte ich mal! Hier, Goldrubin-Diathem! Das bringt 173! Verkaufen! Kettenhandschuh 2! Kettenhemd! Wollte ich schon sagen! Bringt auch ein bisschen was, aber nicht viel! Lachsfleisch! Naja, das behalten wir mal! Hier, Elementar-Zauberkosten 10% weniger Mana! Dafür kriegen wir 133! Magierrobe! 13 bringt das jeweils! Magiegift! Ziel ist 20% anfälliger für Magie! Muschelfleisch bringt nix! Hier, der Silberkerzenständer! Weg damit! Smarag bringt 73! Behalt dich aber! Hier, diese Klufkann weg! Versteckter Lederschild, wollte ich schon wieder sagen! Werkzeugkasten weg! Wolfspelz! Komm, verkaufen wir! Ziegenhaut auch! Jetzt haben wir 706 Gold! Lederstreifen 2! Bringt die jeweils! Hm! Das Schwert müsste ich eigentlich auch verkaufen hier! Weg damit! Wiegt nämlich ganz schön viel! Ich glaube, den Rest kann ich erst mal behalten! Dann wollen wir mal in unser Haus! Ich weiß nur gerade nicht... Das ist es! Mal gucken, was ich jetzt machen kann! Hausnahmen anpassen! Hier, Einrichtung kaufen! 300! Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert! Hier! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh! Jetzt muss ich meine Biene doch woanders hinpacken! Ich hoffe, der wird nicht schlecht oder so! So! Leere Truhe! Hier sind sogar jetzt ein paar Säcke drin! Das sind sogar ein paar Groschen! Ey, hier kann ich sogar jetzt mein Schwert und das alles reinpacken! Gefällt mir! Eisener... Was macht ein Eisenerz da drin? Frag mich nicht! Rolle des E... Eisfails! Ein Eisbolzen, der 16 Punkte Ausdauer und Frostschaden verursachtet! Hm? Die in den Rollen, die mag... Also diese magischen Sachen, die wir da haben, sind meistens ziemlich effektiv! Mal gucken, was wäre denn das nächste? Arbeitsstube, 300! Äh? Ich hab doch das jetzt! Oh mein Gott! Guck dir das hier oben mal an! Hier hab ich jetzt ja sogar... Ne Werkbank! Was hab ich hier noch? Stoßzähne? Ich hab hier sogar Braunbärpelz! Und da unten ist ne... Rote Malphasblüte, Lavendel... Und hier könnte ich jetzt auch richtig... Alchemie benutzen! Ey, ist das ein Träumchen! Wollen wir mal gucken! Trollfett! Unbekannter Effekt! Hier, das Leersalz muss ich eigentlich mal essen! Warte, was? Das mach ich jetzt! Mal sehen, was ein Leersalz bringt! Äh, Leer... Leersalz! Anfälligkeit für Schock erkundet! Irgendeine Zutat hatte ich auch noch nicht! Hier! Baldrisswurzel! Giftschaden! Auch der Glimmenstaub! Manerschädigen! Hängemoos! Manerschädigen! Oder hier, Rattenfleisch! Ausdauer! Boah! Dieses Zeug bringt mich irgendwann noch um! Und hier hatte ich einen Arkan-Verzauberer! Um einen Gegenstand zu verzaubern, müsst ihr den magischen Effekt kennen und einen gefüllten Seelenstall besitzen! Hab ich! Ach! Ich müsste quasi das Ding ja auseinandernehmen! Natürlich! Hier! Zehn Punkte schneller! Zehn Punkte schneller! Die hat 15 Rüstung! Die hat 15... Komm, wir nehmen die verschlissene Robe! Yes! Zerreißen wir das mal! Was haben wir da? Elementar-Zauberkosten 10% weniger! Schlösser knacken 10% einfacher! Ich glaube, umso mehr oder umso besser mein Seelenstein ist, umso besser wird dann hinterher das Schlösser knacken und solche Sachen! Erhöhte Trag ist schleichendes 7% effektiver! Ich möchte die irgendwie nicht kaputt machen, die Sachen! Wenn ich jetzt irgendwas zum Beispiel, äh, wenn ich denn mir jetzt irgendwas geben möchte, wie zum Beispiel für, pfff, die Handschuhe! Könnte ich jetzt fest die Mana-Regeneration nehmen? Die gewählte Verzauberung kann nicht auf diesen Gegenstand gewirkt werden! Nääääh! Vielleicht hier rauf? Ja, da geht das tatsächlich! Drei Punkte! Allgemeiner Seele! Drei Punkte! Ein Punkt! Ein Punkt! Also allgemeiner Seele wäre jetzt hier immer noch am besten! Aber egal! Das müssen wir auf jeden Fall mit der Zeit ein bisschen lernen, mit den Verzaubern! Ich habe damit auch noch nie so viel gemacht, aber Fakt ist, ich will jetzt mal wissen, was passiert denn, wenn ich das jetzt mache? Ich habe deswegen jetzt mal kurz gespeichert! Ähm! Das war jetzt also total für die Katz! Na, es ist ja das gleiche! Was ist denn da im Sack? Ein Hufeisen! Das bringt Glück! Natürlich! So, bevor wir jetzt allerdings beim nächsten Mal wieder das Problem haben, dass wir erstmal das Inventar leeren, würde ich das ja jetzt gerne schon mal machen! Die Seelensteine schmeißen wir mal hier rein! Ausdauertrank lasse ich mal im Inventar! Hier die Schmetterlingsflügel können auch weg! Genau wie der blaue Quarz! Die Baupläne, die wir gefunden haben, können ja auch rein! Hier die Drachenfrucht! Eisenerz! Das könnte ich eigentlich draußen mal schmelzen! Eispranke behalte ich! Das Gold natürlich auch! Die Stiefel hätte ich eigentlich vorhin verkaufen können! Flammstab! Den möchte ich eigentlich gerne mal verkaufen! Wenn ich irgendeinen Händler finde, der das kaufen will! Kleine Perle! Kohlsuppe! Knochenmehl haben wir wieder 14 Stück gefunden! Die will ich eigentlich gerne hier! Elementar Zauber kosten weniger! Das packe ich mal hier rein! Eigentlich könnte ich das kaputt machen! Weißt du, wenn du das schon mal machst, könnte man das auch mal so machen! Muschelfleisch? Nöööööö... Die Puppe! Packen wir mal hier rein! Schockschutztrank Das wäre vielleicht manchmal echt wichtig Wenn man gerade gegen irgendwelche Magier kämpft Die ziemlich stark sind Naja So viel Inventarplatz haben wir jetzt ja nicht verbraucht Oh Nettes Bild Und da oben ist unser größter Erzfeind Der Wolf Der uns ja schon ein paar mal das Leben gekostet hat Tja Ich würde ja schon fast sagen Wir machen für heute mal Feierabend Ich müssten jetzt Oh Gott Ich glaube ich habe jetzt hier fast drei Stunden aufgenommen Uiuiui Also wieder so lange Also es sind bestimmt zweieinhalb Stunden müssten es auf jeden Fall sein Bei drei Stunden bin ich mir jetzt gar nicht sicher Tja Ich werde hier glaube ich ein bisschen rumbasteln Oh Weil ich muss nämlich hier Also das wird ein bisschen langweiliger Ich werde hier auf jeden Fall Wobei Ich könnte mal Wenn wir schon mal dabei sind Nehme ich mal ein Magiedings auseinander Und zwar Ich habe hier auch diese Schuhe eben gerade gehabt Diese Schuhe Werde ich einfach mal auseinander nehmen Damit wir da auch mal was in dem Arcane Zauberer haben Bäms Wenn ich jetzt das an Nehmen wir mal an Ich packe das auf die Handschuhe Geht nicht Nehmen wir mal an Ich packe das da drauf Das geht tatsächlich Ich kann auch Ne ich kann nur einen Aspekt im Moment drauf machen Elementar Zauber kosten zwei Prozent weniger So Wenn ich das jetzt drauf packe Nur Wow Ich muss mal gucken Wir müssen ja eigentlich so ein paar Seelensteine haben Ich müsste sogar irgendwo einen mächtigen Seelenstein haben Okay Habe ich nicht wirklich Der ist leer Der allgemeine Seelenstein Absorbiert vier Punkte Leben vom Ziel Ich packe mal die Seelensteine alle hier rein Dann haben wir auch wieder Platz Rolle der Seelenfalle Das müssen wir auch irgendwann mal machen Ich weiß allerdings noch nicht Welches eine mächtige Seele ist Und welche nicht Ich glaube ein Troll könnte Eine allgemeine Seele sein Ich weiß es nicht Immer ehrlich zu sein Das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden Aber In diesem Sinne Mir mache ich an dieser Stelle jetzt Schluss Und ich bedanke mich fürs Zuschauen Wieder fürs dabei sein Vor allen Dingen Dass ihr das durchgehalten habt Es war am Anfang etwas Naja Sagen wir mal eintönig Weil wir ja erstmal das ganze Inventar irgendwie aufräumen mussten Das haben wir jetzt zum Ende auch nochmal gemacht Aber Damit haben wir jetzt fürs nächste Mal gleich das Inventar frei Und wir werden beim nächsten Mal halt hier ein besonderes Abenteuer machen Ich lasse einen Aushang in Ark Ja den lasen wir mal Und das Lager auf der Insel im Arker See suchen Ich werde das nächste Mal nochmal vorlesen Und ähm Aber in diesem Sinne Vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann hier bei der nächsten Aufnahme wieder Und ähm Tja mal sehen wie es weiter geht Wir haben hier viel gesehen heute Wir haben ein Schiff Ich wollte schon sagen ein Schiff erobert Wir haben unsere letzte Quest beendet Ich hätte nicht gedacht dass es so brutal am Ende wird Dass wir dann noch die Schwester vernichten Es war aber der richtige Weg Weil wir haben dann ein Lehrbuch gekriegt Und ich sag mal so Die Lehrbücher sind mir ehrlich gesagt Im Moment wichtiger Ich hätte aber vielleicht nicht das mit der Fernkampfwaffe nehmen sollen Ich hätte da vielleicht irgendwas anderes nehmen können Aber hinterher ist man immer schlauer Weil die Fernkampfwaffe Ist ja selbst gesehen Ist jetzt nicht so stark mit dem Bogen Und wir machen sowieso mehr Magie Als ähm Mit dem Pfeil Also mit dem Bogen Und wir müssen auf jeden Fall die Mana Sachen verbessern Wenn wir dann beim nächsten Mal Werden wir bestimmt aufsteigen Es sind ja jetzt nur noch wenige Erfahrungspunkte Die uns fehlen Und äh Ja mal gucken Also Nochmal danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder Bye bye Und Tschüss Tschüss